Was machst du denn hier schon wieder? Sitzen? Wir wollten in der Stadt rumlaufen. Rumlaufen ist aber so anstrengend. Du hast gerade eben zwölf Stunden in einem Flugzeug rumgesessen, da kannst du auch jetzt nicht schon wieder rumsitzen. Ja, rumsitzen ist aber auch anstrengend, deswegen muss ich mich jetzt erstmal ausruhen. Das glaube ich ja nicht. Okay, wir machen es so. Du nimmst die Kamera und filmst alles und ich schaue mir das hier auf dem Fernseher an. Du bist die faulste Person, die ich kenne. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.